Opel Manta. Hören Sie, was Fachjournalisten über ihn zu sagen haben. Automobil Revue Schweiz wartet mit Fahreigenschaften auf, die für einen Mittelklassewagen dieser Preislage als außergewöhnlich zu bewerten sind. Auto, Motor und Sport lässt sich unter allen erdenkbaren Bedingungen schnell und außerordentlich sicher bewegen. Fritz B. Busch im Stern. Sein Kurvenverhalten ist neutral. Und wann testen Sie ihn? Opel Manta, weil man was vom Fahren versteht.